Stellen Sie sich vor, bei 3 werden Sie durch Raum und Zeit teleportiert. An einen Ort Ihrer Wahl, live und umringt von Zuschauern. In der Show ist alles möglich. Stellen Sie sich vor, Sie könnten innerhalb weniger Sekunden alle Ziele erreichen. Ohne Ausreden, alles passiert jetzt. Sie sind nicht nur Betrachter, sondern Teil der Show. Adrenalin-Magier Steve Waid. Illusionen live erleben. Aber egal was auch passiert, gehen Sie niemals zurück. Denn das, was als nächstes kommt, wird uns alle verblüffen.